Ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach unserem Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart. Endstand 4 zu 2. Ich darf auch die beiden Trainer begrüßen und Herrn Matarazzo das erste Wort geben zum Spiel. Bitte schön. Grüße und Glückwunsch Gerardo und bei Leverkusen zum Sieg. Ich denke, wir haben ein ordentliches Spiel heute abgeliefert. Erste Halbzeit kompakt, intensiv verteidigt. Wir haben versucht, mit Konteraktionen auch torgefährlich zu werben. Ich denke, wir haben wenig Torchancen zugelassen. Wir haben eine andere Torchance selbst gehabt. Wenn man mit ein bisschen Überzeugung abschließt, vielleicht auch 1-0 in Führung gehen kann. Kurz vor der Halbzeit das 1-0 kassiert. Wo man die Jungs wenig vorwerfen kann. Wo man sich drei Spieler gleichzeitig im Ball reinwerfen. Und der Ball springt trotzdem zum Gegenspieler durchlaufen kann Richtung Tor. Kurz nach der Halbzeit haben wir das 1-1 geschossen. Glücklicherweise eine gute Kontraktion, wo Aurel, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, Thiago durchsteckt. Und sein erstes Tor von uns machen dürfte. Und in der Folge, glaube ich, direkt im Anschluss diese 2-1 zu kassieren, ist natürlich bitter. Über Standard-Situation, wo man sagen kann, überragend geschossen, auch überragend geköpft, platziert in die Ecke, schwierig zu verteidigen. Und im Anschluss haben wir versucht, in den letzten 15 Minuten mehr Risiko einzugehen. Haben auch von 3-5-2 umgestellt, höheren Druck erzeugen wollen. Wohl wissen, dass man mehr Risiko eingeht und Leverkusen auch die Räume besser nutzen kann für ihren Umschaltspiel. Zum Schluss viele Offensivkräfte eingewechselt und so kassieren wir auch nochmal zwei Gegentore. Unterm Strich ist es natürlich bitter, dass wir das Spiel nicht gepunktet haben heute. Aber wir nehmen eine kompakte, geschlossene Mannschaftsleistung mit und schauen optimistisch Richtung nächste Woche gegen Bokum. Danke schön. Gerardo, dein erstes Fazit, bitte. Danke für die Glückwünsche. Ja, ich finde, dass es eine schwierige Aufgabe war heute. Ich glaube, dass Stuttgart uns das sehr schwer gemacht hat. Es hat praktisch keine Räume gegeben, weder in den Zwischenräumen noch in der Tiefe. Ja, das ist nicht nur für uns eine schwierige Aufgabe, das ist für alle Teams schwierig, wenn ein Gegner so, wenn es schafft, so kompakt zu verteidigen. Was uns gut gelungen ist, ist, dass wir die Umschaltsituation von Stuttgart kontrollieren konnten. Sowohl mit den Duellen, manchmal an der Grenze, mal ein Foul, aber dass wir lange wenig zugelassen haben, trotzdem viel Ballbesitz. Ja, ich denke, das Entscheidende in diesem Spiel wieder war, dass wir nach dem Gegentor das Spielglück auf unserer Seite vielleicht haben, aber auch im Moment die richtige Einstellung, nach vorne zu gehen und den Treffer zu suchen. Ich glaube, dass das 2-1 der Knackpunkt war im Spiel für uns. Und ich glaube, dass über das ganze Spiel der Sieg in Ordnung geht, aber dass es eine viel schwierige Aufgabe war, als das Resultat zeigt. Danke, Gerardo. Dann wollen wir die Fragerunde eröffnen. Wer möchte beginnen? Christian Kremer, bitte. Herr Seewane, Jonathan Thars Ausfall hat Ihre Abwehr kurzfristig ein bisschen durcheinander gebracht. Wie haben Sie Edmund Tabsebar gesehen als Ersatz und wie haben Sie auch Piero Hincköpij in dieser Konstellation gesehen, der so ein bisschen den Abwehrchef dann gegeben hat? Ja, ich muss sagen, dass Edmund eine nicht ganz einfache Rückreise auch hatte. Von Kamerun nach Burkina Faso, dann über die Türkei zurück nach Deutschland. Also, er war fast zwei Tage unterwegs, drei Tage, hat nur zwei Einheiten gemacht. Ich glaube, dass der Unterschied von 35 Grad zu 0 Grad sich auch auswirkt bei einem Spieler. Und das wird ihm sicher noch ein bisschen Angewöhnungszeit auch geben müssen. Er hätte jetzt heute nicht von Anfang an gespielt, wäre Jonathan nicht krank. Ich glaube, das wäre ideal gewesen. So merkte man ihm schon auch ein bisschen den Prozess der Anpassung. Und trotzdem hat er sich im Spiel auch gesteigert. Er konnte einige gute Zuspiele und Zweikämpfe auch gewinnen. Aber wir wissen, dass Edmund sicher vom Potenzial her nach oben noch Luft hat. Und Piero, ja, bei Piero hat man schon auch gemerkt, mit Jonathan sehr eingespielt gewesen in den letzten Spielen, dass es jetzt eine neue Konstellation ist und dass man sich ein bisschen auch finden musste. Der Herr in der vierten Reihe, bitte. Hallo, Marco Seliger, Stuttgarter Zeitung. Frage an Herrn Matarazzo. Ein Wort oder mehrere Worte besser gesagt zu Thiago. Wir haben es Ihnen gesehen heute. Was zeichnet ihn aus und wie kann er der Mannschaft auch in den nächsten Wochen helfen? Nicht nur mit Toren. Ich glaube, man hat gesehen, was ihm heute auszeichnet. Er hat Speed, hat Tiefgang. Er ist in der Lage, seinen Körper sehr gut einzusetzen, eklig zu sein, beim Ball festmachen. Ich freue mich sehr, dass er nicht nur ein Tor, sogar zwei auch schießen dürfte. Ich glaube, das wird ihm sicherlich noch eine breite Brust geben in den nächsten Spielen. Und ich glaube, wir haben heute ein Spieler auf jeden Fall gewonnen. Holger Schmidt, bitte. Ja, auch an Herrn Matarazzo. Unabhängig jetzt von dem Spieler, der sicher ein Hoffnungsmacher ist, ist das, so komisch das klingt, eine Niederlage, die Hoffnung macht? Oder kann man das bei vier Gegentoren und keinem 30 Prozent Ballbesitz schwer sagen? Ja, der Ballbesitz interessiert mich nicht. Die Gegentore zum Schluss hat er auch keine Erklärung. Ich glaube, wir haben einfach viel aufgemacht und die zwei Gegentore zum Schluss ist für mich auch nicht auslaggebend. Ich glaube, die Leistung kann man auf jeden Fall mitnehmen. Man ärgert sich über jedes Gegentor. Das ist auch klar und jede Niederlage. Aber ich glaube, wir können vieles Positives mitnehmen für die nächsten Spiele. Noch mal vierte Reihe, bitte. Ja, danke. Wenn man vorausblickt, Herr Matarazzo, Sie werden das Wort Endspiel im Spiel gegen Bochum selbst sehr sicher nicht in den Mund nehmen. Trotzdem ist es natürlich ein sehr wichtiges Spiel. Wie geht man jetzt in die Woche? Wie muss man die Sinne nochmal schärfen? Muss man da eher den Druck rausnehmen? Muss man es machen wie immer im besten Sinne? Wie geht man da rein als Trainer, speziell im Umgang mit der Mannschaft? Ja, ähnlich wie wir dieses Spiel angegangen sind. Fokus auf die Aufgabe. Die Aufgabe, leidenschaftlich zu verteidigen. Man braucht auch keine Überzeugung. Wenn man viel Druck spürt, braucht man diese Lockerheit nicht, um intensiv und auch leidenschaftlich zu verteidigen, wie wir heute auch getan haben. Man kann eine breite Brust im Laufe des Spiels auch gewinnen, indem man viele Ballerübungen auch hat. Und das wird unser Weg sein, uns das Team auch im Vordergrund zu stellen, dass man als Einheit agiert, dass man gut kommuniziert auf dem Platz. Dann hat man Halt, hat man Sicherheit. Und das ist der Ansatz, auch gegen Bochum. Dorian Audasch. Ja, Herr Seohane, Sven Mislintat, der Sportdirektor des VfB, hat jetzt nach dem Spiel gesagt, dass Bayer Leverkusen wohl die Mannschaft der Bundesliga ist, die in der besten Verfassung aktuell ist. Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen? Und wie sehen Sie so den Lauf in der Rückrunde des jetzt? Es fällt mir schwer, jetzt so schnell einen Vergleich durch alle Teams zu machen. Aber sicher vom Schwung her, von den Resultaten her, sicher mit viel Selbstvertrauen. Die Spiele auswärts in Gladbach und in Dortmund auch mit viel Speed. Und jetzt auch gegen Augsburg und Stuttgart mit viel Ballbesitz. Also unterschiedliche Spiele. Ich glaube, dass wir eine gute Anfangsphase erlischt haben. Und das gilt es natürlich zu bestätigen und immer wieder daran zu arbeiten. Und klar spielt das Selbstvertrauen ein bisschen mit. Das zweite war... War noch was? Ja, wie Sie so insgesamt haben Sie schon beantwortet. Den Lauf in der Rückrunde quasi so sehen Sie. Holger Schmidt nochmal. Ja, auch an Herrn Selewane. Ich hätte nochmal eine Frage zu Florian Wirz. Er hat heute gesagt, er hat eigentlich gar nicht sein bestes Spiel gemacht. Das mag eine Weile so gewesen sein. Aber hinten raus hat er dann wieder unheimlich viele Aktionen. Ist das was, was ihn in seinem Alter schon auszeichnet? Und dass er auch an Tagen, die für ihn im ersten Moment nicht so gut sind, so eine Stressresistenz hat und sich immer wieder selber rauszieht und dann hinten raus nochmal noch aufdrehen kann? Ja, was er natürlich hat, ist, dass er sehr effizient auch ist, wenn er sich im 16er aufhält, dass er richtige Entscheidungen trifft, dass er eine hohe technische Qualität hat. Ja, und das war auch mein Gefühl, nicht nur bei ihm, sondern bei unserem Spiel allgemein, dass wir Mühe hatten, uns heute zu entfalten. Das hat einerseits mit dem Gegner zu tun, der das wirklich sehr schwer gemacht hat und wir mit einigen falschen Entscheidungen und dazu auch beigetragen haben. Aber was Florian Woche für Woche leistet, erstaunt uns immer wieder, auch wenn wir das täglich beobachten können. Er hat eine immense technische Qualität, aber vor allem seine mentale Verfassung, seinen Ehrgeiz, seinen Hunger, das zeichnet ihn vor allem auch in so schwierigen Spielen wie heute aus. Der Kollege aus Stuttgart noch einmal. Herr Matarazzo, das Muster heute hat sich so ein bisschen wiederholt im Vergleich zum Frankfurtspiel. Man kommt selber immer wieder zurück ins Spiel, aber dann vernichtet man sich quasi wieder selber in der Abwehr und kassiert nach eigenen Torerfolgen Gegentore. Woran machen Sie das fest? Ist das die berühmte Kopfsache? Sind das Konzentrationsmängel? Und wie kann man gegen dieses Muster ankommen oder angehen? Ich muss sagen, ich habe nicht das gleiche Muster heute gesehen. Ich finde nicht, dass wir verunsichert gewirkt haben, auch nach dem eigenen Treffer. Ich glaube, der Standard ist einfach richtig gut geschossen worden und auch sehr gut platziert worden. Ich sehe kein Fehlverhalten, auch in das Timing, wo die Kette fällt und auch in das Attackieren des Balles. Es ist sehr schwierig zu verteidigen, wenn ein seiliger Freistoß auch vor die Kette geschlagen wird und das auch irgendwie ein Stück weit verlängert wird. Torwart sehe ich auch nicht in der Bringschuld in der Situation. Und deswegen habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass es ein ähnlicher Muster war wie im letzten Spiel gegen Frankfurt. Deswegen hat es sich geledigt. Zum Abschluss Herr Lehner noch von der Bild-Zeitung, bitte. Ja, hallo Herr Sioane. Noch mal eine Nachfrage zu Flo Wirtz, der unter anderem auch gesagt hat, es ist ihm nicht so wichtig, wenn er nicht so gut im Spiel ist, wenn er mit seinen Läufen der Mannschaft helfen kann. Sie haben auch die mentale Stärke angesprochen. Haben Sie schon mal einen Spieler erlebt, der auch mental so weit ist in dem Alter? Nein, selbstverständlich nicht. Er ist ein Ausnahmetalent. Ich glaube, das hat er heute auch gut gemacht. Er hat natürlich jetzt immer vermehrt auch Spezialbewachung, dass sich gewisse Spieler auch mehr um ihn kümmern. Und dann ist eine Lösung, dass er gewisse Laufwege macht, um Räume zu öffnen. Und das hat er heute gut gemacht. Gut, dann würde ich jetzt ganz zum Abschluss Stefan von Nox noch einmal zu Wort kommen lassen. Bitte, Stefan. Herr Sioane, Sie haben schon vorhin gesagt, es wurden ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Dadurch hat man das Spiel auch nicht so gut entwickelt. Sehen Sie das jetzt, dass man das Spiel trotzdem gewonnen hat, als positiv, als Entwicklungsschritt für die Mannschaft? Oder sehen Sie eher den Punkt, dass Sie sagen, da ist noch das eine oder andere anzusetzen? Sehen Sie das eher kritisch oder eher als Beleg für einen Reifeprozess? Sowohl als auch. Also ich finde, das sicher herauszuheben gilt, dass wir den Sieg unbedingt wollten, dass wir nicht nachgelassen haben, zu keinem Moment, dass wir versucht haben, das Tor auch zu suchen, auch nach dem 1-0, auch nach dem 3-1. Aber sicher gibt es einige Dinge zu verbessern, weil ein paar Ballverluste zu viel, vor allem im Spiel nach vorne, auch bei den Gegentoren gibt es auch immer was zu analysieren. Also unser Gefühl auf der Bank war nicht so zufriedenstellend, dass wir jetzt sagen können, diese Leistung ist gut und wir lassen es dabei sein, nein, sondern das wird schon noch Besprechungsbedarf haben. Gut, dann soll es das gewesen sein für heute Abend mit der Pressekonferenz. Danke Ihnen fürs Kommen, danke an die beiden Trainer, unseren Gästen eine gute Heimreise. Schönen Abend. Tschüss. Danke. Tschüss.